Eine gut gepflegte 4-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Berlin-Friedrichshain. Das Wohnhaus wurde im Jahr 1953 erbaut und wurde 2003 saniert. Die Wohnung befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Fernwärme-Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über drei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche sowie einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 105 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 1.235 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. An Romer Sim�eng? Wir stehen Ihnen gerne für die